Herzlich Willkommen zu meinem neuen Video. Anlässlich des 4. Advents dachte ich mir, ich werde heute mal mein Format, was ich bisher schon ein, zwei, drei Mal gemacht habe, nämlich das Impro-Kochen, heute mal in Impro-Backen umbenennen und halt anlässlich der Tatsache, dass bald Weihnachten ist, heute mal was weihnachtliches backen, aber so mehr oder weniger drauf los, ohne einen konkreten Plan. Ich habe mir das noch nicht ganz 100% überlegt, wie ich das wirklich ganz konkret umsetze. Und was ich hier noch so da habe, ist zum Beispiel Lebkuchengewürz. Die Sache ist, hier steht sogar ein Rezept drauf, bis auf 2 Esslöffel Honig und 100 Gramm gemahlene Haselnüsse. Habe ich sogar alles. Wie wäre es, wenn wir einfach Lebkuchen backen mit einem bisschen abgewandelten Rezept und zwar einfach ohne Honig. Ich habe noch eine Packung, mindestens halbbar bis 2021. Das heißt, wir müssen die jetzt auch verwenden, weil die gefühlt habe ich die im Chemnitz gekauft und das ist schon ein ganz Stück her, das ich da gewohnt habe. Ja, wir machen abgewandelte Lebkuchen. Ich freue mich jetzt schon drauf. Ich bereite hier mal alles soweit vor. Dann positioniere ich die Kamera mal um und dann nehme ich euch mit. Ich denke, dass ich so zwei oder drei Varianten machen werde und die dann einfach vergleichen werde. Die Sache ist, ich werde diesen Grundteig erstmal vorbereiten in einer Schüssel und es dann dritteln. Also, falls das so funktioniert. Ja, ach, ja, ja, das wird schon. Ich habe eh nur eine große Schüssel. So, Waage haben wir auch. Und dann legen wir los mit 300 Gramm. Also wir haben ja die doppelte Menge, machen wir... Moment, nee, ich habe keine acht Eier, oder? 2, 4, 6, 7, ach ja, das geht, das ist ja, es ist ja ein improvisiertes Backen. Ja, na klar, gut, dann 600 Gramm Zucker. 600 Gramm Zucker ist ja ganz schön viel. Fällt mir gerade so auf. So, was haben wir noch? Vier Eier, also acht Eier, also sieben Eier. Als nächstes zwei Päckchen Vanillezucker. 200 Milliliter Öl. 4 Esslöffel Honig. Ich dachte mir vielleicht, wir können ein bisschen Vanillepastoran machen. Jetzt nicht 4 Esslöffel, weil das ist ungefähr die ganze Tube und dann schmeckt es nur danach. Aber so ein bisschen was. Die Konsistenz ist nämlich auf jeden Fall... Wow, sieht das cool aus. Äh, ich muss mal mit meinem Handy eine Aufnahme machen. Ein Päckchen Leerpogelwitz, nehmen wir zwei Päckchen natürlich. 250 Milliliter Milch, also 500 Milliliter, ein halber Liter. Jetzt bin ich ganz froh, dass ich eine 4,3 Liter große Tupper Salatschüssel besitze. Äh, hier, ich nehme Hafermilch. 350 Gramm Mehl, also 700 Gramm Mehl. Scheiße, wird das viel. Ich bin hier bestimmt dann noch 10 Stunden am Backen, ey. Bis wie viel Kilo geht die Waage? Ein Päckchen Backpulver, also zwei Päckchen Backpulver. Ich weiß jetzt schon, was ich heute zum Mittag esse. Und zwar, dass ich mich mit, äh, Klebkuchen überfressen werde. Oha, das sieht voll schön aus. Das sieht aus wie so Schichtsalat oder, äh, so, wenn ich mir so einen Kaffee mache in meiner Kaffeemaschine. Jedenfalls werde ich das jetzt erstmal zu einem Rührteig verarbeiten. Dann werde ich drei Portionen da machen. Dann muss ich jetzt erstmal rechnen. Also, es fehlen insgesamt an dem Teig noch 200 Gramm irgendwas. Hey, Siri, was ist 200 durch 3? 200 geteilt durch 3 ist ungefähr 66,6666. Dann werde ich jeweils 66,6666 Gramm etwas noch da hinzufügen. Aber jetzt erstmal mixen. Kann mir mal jemand erklären, wie der Plätzchen draus werden soll? Das ist ja übelst flüssig und diese 200 Gramm insgesamt, die da noch ran müssen. Also hier steht halt, äh, Teig auf einem mit Backpapier ausgelegtes Backblech streichen. Aber hier sind ja solche Viecher drauf. Wie haben die das gemacht? Hier steht aber auch nicht dran, für wie viel, äh, Lebekuchen das ist, oder? Ich kann das eigentlich jetzt auch eben nochmal wiegen. Ganz ehrlich, ich wiege einfach jetzt nochmal hier das Mitschüssel. Das, ja, das wird schon... Wir haben... 2,7 Kilogramm Teig. 2,7 geteilt durch 3 ist 0,9. Ja, weil 27 ist ein Teil der 9er Reihe. Oder? Und zwar machen wir jetzt hier, äh, 66,66 Gramm Speisestärke ran. Oh, das waren 80 Gramm, na, meinetwegen. Ich rühre das jetzt mal hier mit dem Löffel ein, weil ich jetzt in der Glasschüssel den Mixer irgendwie nicht unbedingt verwenden möchte. Und, ähm, also zum einen wegen Lärm, zum anderen zum Schutz der Glasschüssel. Und, äh, ja, keine Ahnung. Also, ist halt einfach so. So, dann werden wir das jetzt hier mal drauf streichen. Teig Nummer 2. Das wird ja mit dem Mehl, habe ich mir so gedacht. Also, ich könnte es vielleicht noch ein bisschen verfeinern mit abgeriebener Zitronenschale. 100 Gramm. Ja, 100 Gramm Mehl noch. Nummer 3. Mh, da werde ich so 50 Gramm Backkakao rein tun. Ich bin so gespannt. Dunkel Lebkuchen. Vielleicht gibt's das und ich bin einfach gerade nur blöd. Also, das sieht auf jeden Fall super aus. Ähm, und riecht auch voll gut. Gut, ich muss das nur ganz schön noch verrühren, weil dieser Kakao noch richtig Klümpchen macht. Hey Siri, stelle einen Timer auf 20 Minuten. Dein Timer ist auf 20 Minuten gestellt. Jetzt kosten wir aber erstmal. Das ist einfach übelst lecker. Und wenn da jetzt Schoki oben drauf wäre, dann wäre das genauso wie das hier. Dann wird das wirklich genauso. Also, es schmeckt genauso. Und dass da jetzt kein Honig dran ist, sondern Vanille schmeckt man. Kein Unterschied. Dass jetzt Stärke statt Haselnüsse dran ist. Ich mag Haselnüsse eh nicht. Also, von daher. Man könnte auch sagen, das nächste ist ein Lebkuchen-Brownie. Das ist der ultimative Weihnachts-Brownie. Geil. Also, das ist jetzt die Sorte mit Zitrone. Und da mache ich kein Puderzucker drauf und ich verkoste das jetzt. Also, es ist sehr lecker. Ich bin der Meinung, es schmeckt nach Zitrone. Es kann natürlich auch Einbildung sein. Aber es ist auf jeden Fall sehr, sehr lecker. Und ich werde das jetzt eben noch wieder abwiegen, damit ich dann weiß, wie viel es insgesamt ist. So, und damit haben wir das Ergebnis. Es sind 2,2 Kilo fettiges Gebäck. Es waren ja über 3 Kilo Teig. Aber es ist ja logisch, dass da ganz viel Flüssigkeit beim Backen verdampft. Das ist ja auch der Sinn des Backens eigentlich. Dass sich der Teig, also die Zutaten, die festen Zutaten miteinander verbinden. Die flüssigen Zutaten dafür sorgen, dass sich das verbindet. Und dann aber überschüssiges Wasser verdampft. Meine Definition von Backen. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Mir hat es unglaublich viel Spaß gemacht. Und ich wusste am Anfang wirklich nicht, in welche Richtung es geht. Und deswegen, also finde ich, war das jetzt absolute Improvisation. Und gerade auch diese drei verschiedenen Versionen. Ich finde alle sehr lecker. Wenn ich mich entscheiden müsste, welchen die Beste ist, würde ich fast sagen, der Brownie ist das Beste. Weil, also eigentlich ist es ja ein Lebkuchen. Weil, ja weiß ich nicht, dass sowas von Außergewöhnliches ist. Also ich habe meiner Meinung nach noch nie einen dunklen Lebkuchen gegessen oder einen Weihnachts-Brownie. Wie auch immer. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Ich verlinke meine anderen Advents-Special-Teile, also Advents-Sonntags-Special-Teile unten drunter. Ich verlinke das letzte Video unten drunter, Instagram, was auch immer. Und ich würde mich natürlich freuen, wenn wir uns im nächsten Video wiedersehen. Ich wünsche euch auch viel Spaß, falls euch das Video inspiriert hat, selbst zu backen. Und auch sowas in die Richtung, keine Ahnung, Weihnachts-Brownie oder sowas. Dann wünsche ich euch viel Spaß dabei. Bis zum nächsten Video.